Piro News heute alles, was sie über Piro wissen müssen. Tag 9 und 10, Lucia Arellano und die Kampagne Save the Tiger Lucia Arellano erzählt uns, dass dieses bedeutende Ereignis vom Minister des Forstministeriums, Sudhirmang Antihua, unterstützt wird, der sich der Miss World Plattform angeschlossen hat, um die Kampagne Save the Tiger zu unterstützen. Ziel ist es, Anstrengungen zu mobilisieren und das Bewusstsein für den Schutz und die Erhaltung der Tiger zu schärfen. Die Anwesenheit des Ministers ist ein entscheidender Schritt, um die Plattform in dieses Anliegen einzubeziehen. Unsere Miss Peru unterstreicht das kollektive Engagement und betont, dass jeder Einzelne eine wichtige Rolle beim Schutz dieser majestätischen Tiere für kommende Generationen spielt. Der Aufruf zum Handeln ist klar, fördern sie aktiv die Miss World Save the Tiger Kampagne weltweit. Trotz anhaltender Herausforderungen wie Wilderei und Lebensraumverlust wird die wertvolle Rolle des Tadoba Entari Nationalparks als wichtiger Zufluchtsort für die Tigerpopulation hervorgehoben. Jetzt wird Lucia Arellano Miss Perua 2024 zusammen mit allen Kandidaten an den Feierlichkeiten zum Tadoba Festival vom 1. bis 3. März teilnehmen, um das Bewusstsein zu schärfen und Anstrengungen für den Schutz dieser majestätischen Katzen zu mobilisieren. Jeder ist eingeladen, sich zusammen zu schließen, um Tiger zu lernen, zu unterstützen und zu schützen. Dieses Ereignis unterstreicht die Bedeutung des Tigers als größte Katze der Welt und verdeutlicht leider die kritische Situation aller seiner Unterarten, die alle vom Aussterben bedroht sind. Die Dringlichkeit des Schutzes und der Erhaltung dieser Tiger wird betont, um ihren Wohlstand in der Zukunft sicherzustellen. Aus nationaler Sicht leid Lucia Arellano alle Peruaner ein, sich der Kampagne Rauter Save the Tiger anzuschließen und erkennt die Bedeutung der Erhaltung der globalen Artenvielfalt an. Besonders hervorzuheben ist das Beispiel der peruanischen Vertreterin Lucia Arellano, die sich aktiv an der Kampagne beteiligt. Die Verpflichtung ist klar, seien sie Teil des Wandels und tragen sie zum Schutz dieser großartigen Katzen für zukünftige Generationen bei. Der letzte Aufruf besteht darin, sich der Rauter Save the Tiger Kampagne anzuschließen und sie zu stärken und an der Rauter Miss World Save the Tiger teilzunehmen. Der Vorschlag besteht darin, das Umweltbewusstsein beim Rauter Tado BAE Festival zu feiern und hervorzuheben, dass wir gemeinsam etwas bewirken und diese majestätischen Katzen schützen können. Lucia Arellano dankte Aureka Mumbai Sky City für den herzlichen Empfang. Er erwähnte auch, dass der Tag Proben und Castings für die Talentshow beinhaltete, und es wird hervorgehoben, dass die Ergebnisse sehr positiv waren und positive Erwartungen für die unmittelbare Zukunft geweckt haben. Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar und abonnieren Sie uns, um weiter zu wachsen und uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok zu folgen. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram. Mogren Kumpel Untertitelung des ZDF, 2020